Im Rahmen unserer Reihe Create Your Own Future spreche ich heute mit Julia Happe, Absolventin des Masters Medienmanagement jetzt im Frühjahr 2021. Thema der Arbeit von Julia war die Werbewirkung von Influencer-Marketing im Bereich Lifestyle auf Instagram. Und hier ging es vor allen Dingen um den Vergleich der Generationen Y und Z. Phänomen Influencer, spannendes Thema, Julia. Was war Ihre persönliche Sicht auf dieses Phänomen? Eher Faszination, Bewunderung oder Fragwürdigkeit? Ich finde, Faszination ist etwas zu weit ausgeholt. Aber aufgrund meiner Generation und meinem Alter gehöre ich zu der Gruppe, die Influencer dauerhaft nutzen und die von diesen Influencern auch stark beeinflusst werden können. Und dadurch, dass ich auch selber auf vielen sozialen Netzwerken sehr aktiv unterwegs bin, habe ich mir damals überlegt, es wäre interessant zu sehen, ob die Wirkung von Influencern denn bei mir genauso ist, wie bei allen anderen, die zu der Generation Y oder Z gehören. Und letztlich kam es dann dazu, dass ich diesen Vergleich gerne ziehen wollte. Der Vergleich der Generationen ist ja auch bestimmt spannend. Und wie war da Ihre Ausgangsthese? Hatten Sie eher das Gefühl, die ticken sehr ähnlich, die Generationen? Oder es gibt deutliche Unterschiede? Wovon sind Sie ausgegangen? Also ich muss zu Beginn sagen, die Generationen Y und Z liegen ja sehr nah beieinander. Die Y als älteste Generationen, die nicht von vornherein mit dem Internet aufgewachsen sind, weil sie 1980 oder 1981 geboren wurden, hatten in meinem Kopf und in meiner Herangehensweise immer eher weniger starke Bindungen zu Influencern. Und die Generation Z, die eben als Digital Natives gelten, da dachte ich auf jeden Fall, dass die Wirkung komplett ähnlich ist und auch, dass diese Generation sehr anfällig ist. Letzten Endes hat sich das tatsächlich herausgestellt, dass die Unterschiede eigentlich nicht existent sind und dass sich diese Generationen sehr ähneln. Und das war eigentlich somit die größte Überraschung für mich, weil ich damit nicht gerechnet hätte, auch alleine, wenn ich das auf meine persönliche Sicht ziehe. Das kann ich verstehen. Damit hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet, weil ich war ja auch bei Ihnen Betreuerin der Arbeit und deshalb sehr gespannt darauf. Spannend, wenn man dann solche Arbeitsergebnisse bekommt und wie man damit umgeht. Sehen Sie jetzt Influencer in einem anderen Licht, wenn Sie sich über vier, fünf Monate mit dem Thema so massiv auseinandergesetzt haben und vielleicht ja selber auch nicht frei davon sind, selber Follower sind oder selber Nutzer sind? Gibt es da jetzt eine Veränderung in der Einstellung dazu oder eher gar nicht? Sehr. Also erstaunlicherweise sehr. Ja, natürlich, wenn man sich fünf Monate mit einem Thema beschäftigt, fängt man an, einfach kritischer auf etwas zu blicken, als man es vielleicht davor getan hat. Und ich habe tatsächlich angefangen, Influencern zu entfolgen, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich nicht, was mich interessiert. Und ich glaube denen das auch nicht. Und nach der wissenschaftlichen Definition gehöre ich auch noch in die ältere Generation Y und kenne dementsprechend halt auch noch andere Stars, wie nicht zum Beispiel Dagi Bee, sondern eine Verona Poth. Und habe gemerkt, dass es irgendwie alles mehr Schein als Sein in meinen Augen. Okay. Und dieses mehr Schein als Sein war auch, glaube ich, eins der zentralen Arbeitsergebnisse, wenn ich mich noch richtig erinnere. Sie sind ja zu dem Schluss gekommen, dass letztlich gar nicht so sehr die Inhalte das Interessante sind, was die Leute zum Follower werden lässt, sondern das Thema Sympathie eine ganz große Rolle spielt. Vielleicht gehen Sie da noch mal kurz drauf an. Richtig. Also innerhalb der Arbeit dachte ich eigentlich, dass die Followeranzahl zum Beispiel vom Influencer das Ausschlaggebende ist. Und je mehr Follower, desto glaubwürdiger wirkt er dann am Ende. Und alles, was er bewirbt mit einer Million Followern, ist am Ende toll. Aber es kam tatsächlich raus, dass das überhaupt nicht der Punkt ist. Für beide Generationen nicht. Sondern dass die Sympathie jedes einzelnen Zuschauers in Bezug auf den Influencer das Wichtigste ist. Und dass ein Influencer eben einfach sympathisch und authentisch auftreten muss. Sonst funktioniert gar nichts. Jedenfalls nicht in den zwei Generationen. Ja, das ist ja interessant. Und jetzt haben Sie eben gesagt, Sie haben sich sozusagen entfollowed von dem einen oder anderen. Hatte das was mit der Sympathie zu tun? Haben Sie die noch mal überprüft kritisch und reflektiert? Ja, ich habe einfach beim Konsum quasi gemerkt, dass ich es anstrengend finde, was da teilweise kommuniziert wird. Und ich habe auch einfach bemerkt, das sind gar nicht so stark meine Interessen, die da wiedergegeben werden. Weil zwölf Leute, denen ich folge, für das gleiche Produkt zum Beispiel geworben haben. Und alle fanden es super. Und irgendwie dachte ich so, nee, das kann eigentlich nicht sein. Das ist ja schön, dass man dann eben auch kritischer wird. Und dass die Auseinandersetzung mit so einer Arbeit eben auch eine Einstellungsveränderung möglicherweise nach sich ziehen kann. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihr Studium in der letzten Zeit, vor allen Dingen natürlich auch auf Ihr Studium hier bei uns im Vorfeld, waren Sie anders als zu Beginn des Studiums? Hat sich etwas verändert im Laufe des Studiums? Konnten wir positiv vielleicht Akzente setzen, Zeichen setzen? Das würde uns natürlich interessieren. Ja, verändert würde ich nicht unbedingt sagen. Dadurch, dass es ja mein Zweitstudium ist, habe ich mich natürlich auch versucht, so an etwas zu orientieren im Master, was mich schon von vornherein im Bachelor gecatcht hat. Und das war Marketing und ist es auch bis heute noch. Was aber positiv war, ist, dass dieses Studium meine Meinung einfach bestärkt hat. Und dass ich dadurch wirklich jetzt am Ende gemerkt habe, ich gehöre ins Marketing und ich werde darin glücklich. Und dadurch, dass wir hier an der MDH viele sehr praktische Beispiele hatten und nicht so theoretische Beispiele eben, habe ich gemerkt, das ist etwas, was mir liegt. Und das ist so das Positivste, was ich mitnehme. Ach, das ist ja schön. Das freut uns natürlich sehr, wenn da einige positive Akzente auch bei rumkommen. Jetzt haben Sie eben schon genannt, dass Sie im Marketing bleiben wollen, dass Marketing Sie ganz besonders interessiert. Und gerade in diesem Bereich, in der Kreativwirtschaft, lernt man ja auch sehr häufig, dass man sehr flexibel mit Veränderungen, gerade auch Veränderungen in Bezug auf die Konsumenten umgehen müssen. Ich sage jetzt mal, das Buzzword Customer Centricity spielt ja eine ganz große Rolle, also sehr individuell auf den Kunden einzugehen. In Bezug auf diese Steuerung der kreativen Prozesse, was denken Sie, ist das wichtigste Momentum? Also es gibt zwei, würde ich sagen. Das eine, was jetzt schon auch angesprochen worden ist, ist, dass das Unternehmen seine Zielgruppe kennen muss. Ohne dass man versteht, wen man denn erreichen möchte, kommt man eigentlich nicht viel so weit. Da kann man so kreativ sein, wie man möchte. Andersrum muss das Unternehmen sich selbst aber auch gut kennen und muss verstehen, was möchten wir und wen möchten wir erreichen. Und dieses Zusammenspiel wirkt in meinen Augen immer positiv und wird immer funktionieren. Also Zielgruppe kennen, aber auch sich selbst gut kennen. Heißt also Personabildung und genau den Konsumenten im Auge haben. Super. Wenn Sie jungen Studierenden, die jetzt zu uns kommen, hoffentlich in Bälde auch wieder in Präsenz und nicht digital, etwas vermitteln, mitgeben wollen würden, vermitteln wollen würden. Was wäre das? Was ist so eine Erkenntnis, die alles subsummiert? Ich finde, offene Kommunikation ist das Wichtigste. Man darf sich nicht dafür schämen, wenn man irgendwie mal was falsch verstanden hat. Und ich habe an der MDH gemerkt, dass man seine Kommilitonen, aber auch seine Dozenten oder die Hochschulleitung oder wen auch immer, immer wieder nochmal fragen kann. Und man kann mit jedem Problem kommen und man kann auch mit jeder kleinsten Frage nochmal und nochmal und nochmal kommen, weil man immer eine Antwort bekommt und man wird nie irgendwie doof angeschaut oder fühlt sich doof, weil man zwei-, dreimal das Gleiche gefragt hat oder was nicht versteht. Und das ist, finde ich, sehr wichtig generell. Und hier habe ich das Erlebnis gemacht, dass man das einfach tun kann, ohne dass man sich... Das freut uns natürlich sehr, weil das Thema Nähe ist gerade in unserer Unternehmenskultur, der MDH, natürlich ein ganz wichtiger Faktor und der zeichnet uns, glaube ich, auch aus. Kommen wir nochmal wieder zurück zu Ihnen. Jetzt sind Sie fertig. Nun ist alles vorbei. Hoffentlich nicht. Es geht ja erst richtig los. Wo geht die Reise bei Ihnen hin? Was sind die nächsten Schritte? Haben Sie Pläne? Also überraschenderweise, obwohl ich meine Arbeit im Online-Marketing geschrieben habe und auch neben dem Studium im Online-Marketing gearbeitet habe, bezieht es mich ins Offline-Marketing, weil ich einfach ein bisschen mehr anfassen möchte, Do-it-yourself-Projekte angehen möchte. Und ich hoffe, es zieht mich letzten Endes dahin. Aber ich bin einfach froh, dass ich etwas finden konnte, was mir gefällt. Denn dafür soll ein Studium ja im Prinzip auch dienen am Ende. Ja, absolut. Unbedingt. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen. Im Rahmen unserer Alumni-Programme sicherlich ganz bestimmt. Auch hier demnächst bei großen Festen am Standort. Vielen Dank für dieses nette Gespräch mit Julia Happe. Danke.